Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Human Fall Flat, wieder gemeinsam mit dem Chico und mir, dem Homer. Hallo Homer. Hallo Chico. So, wir sind hier in dieser Höhle und brauchen ein Kabel und müssen da irgendwie rüber und ja. Guck mal eine an, da unten liegt das eine Teil, was wir brauchen. Ja. Siehst du das da? Da! Warte, wo? Ah, da hinten ist so eine Spule, ne? Oder irgendwie so ein Übergangsteil. Ja, auf jeden Fall, selbst wenn ihr Kommentare geschrieben habt, wir können darauf nicht reagieren, weil wir die Folgen immer am Stück aufnehmen. Das heißt, wenn der Schiffsraum über uns herausgebrochen ist, weil wir diese Folge kurzfristig beendet haben. Whatever, egal. So, ich setze mich jetzt hier rein und du drehst mich jetzt hier rum. Ah, da ist das Kabel, ich sehe das Kabel. Da hinten. Meinst du, ich muss dich rüber drehen? Ja, mach mal. Meinst du? Ja. So? Ja, mach mal. So? Ja. So? Ja. Das kann ich. Also im Kreis drehen. Oh, wow, die läuft. So, ich gehe hier mal runter und hole mal das Kabel. Au. So, ich habe das Kabel. Oh, hier ist ein Tümmel. Ich weiß jetzt nicht, wie ich hier hochkommen soll. Ich will hier aber auch mitmachen. Das Kabel. Gut, Tag. Wie kommen wir jetzt hier wieder hoch? Keine Ahnung, ich bin runtergesprungen. Ah. Ich glaube, diese Dinger, also diese Gondel brauchen wir auf jeden Fall, um die Sachen zu transportieren. Ja. Welche Gondel? Ja, diese eine Gondel, wo du gerade drinnen gesessen hast. Ja, könnte sein. Kannst du mal aufhören, Händchen zu halten? Lass mich mal hoch. Warte. Was? Was willst du denn da hoch? Ja, ich habe es geschafft. Okay, dann holst du das Teil. Dann geh ich jetzt weiter hin. Ich kann dich ja beide schleppen hier. Das ist mir egal. Boah, du Diva, ey. Tu mir jetzt das Teil hier. Das ist viel anspruchsvoller zu holen. Was? Das Ding hier? Das Ding hier. Bei der Macht von Grace Carl. Hä? Wie? Du, 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 du. Wo hast du deine Kabel gelassen? Äh. Ist nicht da hinten. Ich dachte, ich kann doch nicht beides nehmen. Hallo? Wieso ist das denn gehen? Wie kommen wir jetzt eigentlich hier hoch? Also ne, ich geh jetzt hier lang. Okay. Alter, geil. Komm mal her. Was? Mann, ich wollte dich verarschen. Oh, toll. Wie kommen wir jetzt hier wieder hoch? Weiß ich nicht. Geh mal da lang. Ach hier. Warte, komm, komm, komm. Hier. Ah. Wo? Warte. Warte. Kann man hier hoch? Jo. Jo. Voll der lange Weg, Alter. Oh. Dieser Weg. Ist das hier fucking ernst? Oh. Kann man jetzt wirklich... Warte, 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 warte. Ich muss das Kabel holen. Wo holst du das? Holst du das Kabel? Äh, ich glaub schon, ja. Okay, gut. Und ich muss da rüber und muss dich dann rüber ziehen, ja? Wie auch immer. Wie kommen wir jetzt überhaupt hier wieder rüber? Ah. Ach ja, ich weiß. Und du hast Kabel. Ich, äh, werde hier rüber schwingen und dich dann rüber, rüber, äh, 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 gondeln. Okay? Äh, ja. Okay. Gut. Ich weiß jetzt nicht, wie ich da... Ah, da kann man schwingen. Schwingen sein Ding. Uh, ich bin wieder da. Ah, dieser Weg, ne? Alter Falter. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist bis jetzt mit Abstand die schönste Karte. Ja, wobei, das mit, das, das mit dem Stromkabel war auch cool. Mit dem Gabelstapler und so, das fand ich jetzt auch... Ja, okay, das war auch cool. Aber da war das Ambiente nicht so hübsch wie hier. Das darfst du, also, ne? Ja, das stimmt. Also, ich finde... Oh, wie macht man das denn jetzt? Ich spring doch einfach rein. Mit dem Kabel. Halt's fest. Ich zieh dich rüber. Ja, einfachste. Äh, wat? Was ist denn du da? Sieht komisch aus von hier. Ich versuche das Kabel da gerade reinzupacken. Warte mal. Nicht bewegen. Ich klappe erst mal rein. Alter Junge, was ist mit dir nicht richtig? Was machst du denn du da? Was machst du denn du da? So, bist drin? Ey, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Bewegen. Noch nicht bewegen. Noch nicht bewegen. Hol dir das Kabel? Hast du? Jo, jetzt hab ich's. Jetzt darfst du bewegen. Ich glaub so rum, ne? Ja. Ja. Ach, geschmeidig. Wie sie das machen. So. Okay. Zack. So. Äh. So. Äh, 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 äh. Wir packen jetzt erstmal alles hier in den Fahrstuhl rein. Würde ich sagen. So, ich hole das andere liegen auch noch, oder? Können natürlich auch alles einzeln hochfahren. Was auch sehr sinnig wäre. Macht's ja auf jeden Fall Sinn, ja. Ach komm. Und weil die so geil ist, nehme ich diese Laterne auch noch mit. Yeah. Vielleicht brauchst du ja noch. Wo war's denn der Pokal? Alter, ich hab mein Pokal vergessen. Tja. Noooooooon. Reset. Reset. Ja cool, dann, äh, wecken wir den gleich zum Leben und dann? Was ist dann? Feierabend. Ja ne, dann frisst der uns oder so. Das sind hier so Stromspulen oder so, ne? Diese Dinge. Müssen wir die bei dem unten hinsetzen, oder wo müssen wir die? Ne, die müssen nach oben, aber wir brauchen erstmal das Stromkabel. Zack, ich bin drin. Oh, er hat gespeichert. So, ich geh mit meiner Laterne. Ne, ist noch nicht so weit. So, und jetzt? Und jetzt? Ich hab mir den noch gar nicht richtig angeguckt das letzte Mal, ne? Ja komm, wir machen mal ein Foto davon. Das ist glaube ich für Screenshot, äh, wie sieht denn der aus? Er ist mein Vater. Warte. Bleib mal so mit dem Kopf nach unten. Das sieht gut aus. Jo. Meinst du? Ich finde das sieht viel besser aus hier, warte. Das hier. Boah. Ne. Ne. Ah, Herr Chico. So, äh. Warten sie mal. Ich glaube ich muss jetzt hier einfach hier umlegen, ne? Soll ich? Ich glaube wir haben keinen Strom, weil wir ja die Dinger noch hier drinnen haben. Welche Dinger? Nur die da. Oder? Hau um. Doch, da ist doch Voltanzeige da. Äh. Ach, wir müssen die Batterie glaube ich hier holen und irgendwo einsetzen. Ne, die Dinger hier. Äh. Diese. Wo kommen die denn hin? Nach oben. Wie nach oben? Haben sie eins? Dann folgen sie mir unauffällig. Ach so, ja. Das ist für den Blitz abzufangen. Richtig. Ach ja. Blitzleiter modern. Stimmt. Das ist ein Fluxkompensator. Ein Fluxkompensator? Nein, wir reisen nicht zurück in die Zukunft. Das wissen wir ja noch nicht. Das wird sich jetzt erst feststellen. Nein! Nicht wundervoll. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Was machst du? Oh, Chico! Nein! Ach so, du bist da unten. Okay. Ey. Komm. Wo ist das Ding? Also entweder springst du oder ich muss doch hoch. Wie? Das ist da auf der Maschine drauf gestattet. Ach so meinst du? Warte, ich mach schon. Hallo. Guten Tag. Kralle. So. Auf ein neues. Oha. Komm mal her. Dafür nehme ich das Stück Holz mit. Wovor ist das Stück Holz? Keine Ahnung. Hab bestimmt auch einen Grund. Wollte grad sagen. Holz ist immer gut. Okay, ich lass das Holz doch lieber liegen. Lass dich überhaupt kein Stück bewegen mit. Alter ey, das sieht ja verdächtig aus hier, ne? Hallo. Was? Hallo. Äh. Was machen Sie da? Äh, hier. Was hätte ich hier? Haben Sie einen Elektrikazentritik gehabt? Haben Sie eine Lehre? Was? Haben Sie sowas? Können Sie sowas? Ja, keine Ahnung. Ja, ja, ja. Das muss aber richtig kommen. Ah! Wow! Ah, wir haben Strom! Komm, komm, komm runter hier. Willst du oder so nicht? Oh, ich hab das Kabel rausgezogen. Mit meinem Kinn, muss man das so sagen. Ja, ja. Schieb's rein. Schieb's rein. Mann, ich bin dabei. Jetzt doch am unteren Ende. So, jetzt. Soll ich? Warte, warte, lass mich. Warte, warte, warte. Ich will eine bessere Sicht haben. Ich will gucken, was passiert. Ach. Ja, super. Jetzt wird, jetzt wird's gleich weggeflamed. Ja, jetzt darfst du. Passiert irgendwas? Ne. Weiß ich nicht, du brutzelt sich. Alter! Oh mein Gott! Wo bist denn du? Ich bin auch umgeschleudert worden. Tja, Leute. Ich würde sagen, das war's, ne? Geronimo! Oh. Jaaaa! Wir haben's geschafft, Leute. Das war das... Ah, Ende! Was ist das denn? Aua! Das ist mal ein guter Abspann. Da kannst du sagen, was du willst. Das ist geil. Ja, ist schon richtig gut gemacht. Können wir da hängen bleiben? Warte mal. Also ich hänge die ganze Zeit ab und zu mal. Aber die Buchstaben reißt du mit. Hilfe. Geil, oder? Ich find das richtig gut gemacht. Ja. Oh, das A. Warte, ich versuch mal meinen Buchstaben, meinen Namen zu fangen. Warte mal. Wo ist das H? Nein. Ah, falsch. Hier gibt's kein H. Kann das sein, dass ein und dieselbe Person alles gemacht hat? Ja. Wir bis jetzt immer ständig... Nee, hier. Garçon Architektura. Additional Sound. Das, das U, äh, oder das Unzeichen, das schwebt. Ja. Oh. Ach guck mal, ich nehme gleich zwei mit. Ohohoho. Aaaaah. Geile Scheiße. Wäre aber richtig cooles Ende, ja? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Auf jeden Fall, auf die Idee erstmal zu kommen, ja? Uh, mehr. Alter, ich häng an deinem Gürtel. Was? Ey. Oder... Ich kann mich loslassen. Ah, ich hab das Haar, ich hab das Haar. Nein, doch nicht. Aaaaah. Oh. Ja, aber Fazit kann man sagen, also ich finde der Kauf hat sich gelohnt. Ah, definitiv. Also richtig... Mir hat's richtig Spaß gemacht. Ja. War richtig lustig, also hat's sich auf jeden Fall gelohnt. Kostet auch nicht die Welt als Spiel. Nein. Macht richtig viel Fun, vor allem zu zweit. Und ich glaube, man muss dazu sagen, es schienen immer ein paar mehrere Wege zu gehen. Ja, das stimmt, ja. Das auf jeden Fall, ja. Hatten wir ja das Öfteren. Deswegen... Deswegen hat man, glaube ich, auch mal so ein kleines Videospiel. Wär zwar nicht eine Woche später, aber vielleicht so mal sechs Monate später wieder mit einem Kollegen oder sowas. Ja, ja. Ist da sicherlich drin. Also... Ich weiß gar nicht, mit wie vielen Leuten kann man das überhaupt spielen. Ich glaube vier. Vier? Aber ich bin mir hundertprozentig sicher. Obwohl ich vier auch zu viel finde. Zwei ist schon ganz cool. Ja, das war auf jeden Fall nett. Ich glaube, bei vier ist das Problem, wenn einer nachher zu schnell ist oder sowas. Ja. Dann kriegen die Reste ja nichts von der Karte mit oder sowas. Das stimmt, ja. Dann haben wir gegenseitig so ein bisschen gewartet und so, ne? Naja, klar. Wir haben ein bisschen geguckt. Und äh... Alter, ich stehe auf dem Buchstaben. Hammer! Ich glaube... Ich flieg hier gerade auf einem I. Ich weiß noch nicht, was passiert, wenn man bis zum Ende durchrutscht, ne? Ja, wir... Wir gucken uns das jetzt einfach an, hier. Oh! Und so lange unterhalten wir euch noch was. Guck, es kommt komische Musik. Böse Musik, ne? Ja. Oh mein Gott. Da gibt's ja noch ein Extra-Level. Vielleicht war's ja das noch gar nicht, Leute. Das kann sein. Also dranbleiben! Alter, ich häng hier irgendwie... Nicht mehr fest. Ah! Dann bin ich an der vorbei. Oh! Ich war nicht mehr hängenbleiben. Bei jedem Buchstaben. Oh! Na doch nicht. Aber irgendwann wird's vorbei sein, hier. Oh! Oh! Ja, klar. Wer als Erster unten ist, äh... Wer als Letzter unten ist, gibt einen aus. So. Wer als Letzter unten ist? Ja, ja. Na, das ist mal ne Herausforderung, die ich annehme. Alter, fällt der Knallert da durch, wo ich grad das Loch gebohrt hab, Alter. Geh weg, geh weg, geh weg! Ah, bleib... Au! Nein! Ich wär eiskalt durchs D gefallen, wenn du da nicht durch dich kippst. Aua! Arsch! Ey, warum komm ich dann immer auf diese Sche... Alter! Ich hebe mich jetzt einfach an dir dran! Weil du bist ja schwerer! Und, äh... Ja! Geil! So komm ich auf jeden Fall... Lass los! Ah! Durchs D durch! Nein! Ah! Ah! Auf jeden Fall nicht so als Erster unten! Geh weg weg weg! Komm her! Ah! 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 Uff. Hätte ich mich nicht festgehalten! Äh? Oh! Ich will auch mal so ein B durchfallen oder sowas... Bestimmt lustig! Sieht lustig aus. Hat was. Ich habe jetzt auch gar nicht darauf geachtet, ob sie das elendig wiederholt. Nee, bis jetzt glaube ich noch nicht. Ich glaube auch nicht. Head of Development. Oh, jetzt ist Chico wieder vor. Nein, nein. Ich bin beim A-Hang. Oh, wir sind fast gleich auf hier. Ich muss die echt so schwingen hier. Jetzt packe ich mit dem Fuß im A oder im G. Nee, ist das ein A? Ich bin ein bisschen. Ich sehe dich gar nicht. Ich hänge an einem Buchstaben. Ich bin durchgepackt. Oh, das ist aber richtig Gas gegeben jetzt. Oh, tschüss. Au. Ich glaube, die Folge nennt sich Buchstabensalat. Oh. Oh nein, ich hänge fest. Nein. Ja, nein. Ich habe einfach zu mal so reingepackt. Ey, ich back hier am Air. Hilfe. Hilfe. Ah. Cheetah. Lass mich raus. Ey, ich bin aber langsamer. Was? Du bist schon voll weit unten. Ja, aber ich werde langsamer. Ja, ist ja klar, weil ich nicht mitkomme. Deswegen wahrscheinlich. Ich hänge... Das ist ja für Schiss. Ah, jetzt... Ich bin drauf, ich bin frei. Ja, kommt da. Du bist ein totaler Beschiss. Guten Tag, hallo. Uhu. Ihr habt das gesehen. Nee, der sheetet mich. Der bremst mich total aus. Ach, komm. Guten Tag. Ja, moin. Jetzt müsste gleich so ein Ende kommen, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Die haben wir noch mehr. Alter, lass mich hier. Du willst wirklich catchen in der Luft, ja? Ja, ja. Fertig, Alter. Ja, komm. Oh. Uhu. 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 Das Spiel hat so viel Spaß gemacht. So. Ah, wir sind gleich durch. Jetzt kommt nämlich Copyright Ad. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir fallen. Nein. Das ist noch nicht zu Ende. Doch jetzt. Oh. Oh, nee. Doch nicht. Warte, warte. Alter. Es geht weiter. Wieso das? Wieso das? Guck rein. Oh. Oh. Ja, geiles Spiel war es. Definitiv. Ja, auf jeden Fall. So. Das hat sich gelohnt. Ach, guck mal, jetzt sind wir wieder hier bei der Villa. Geil. Ja. Da, wo wir angefangen haben. Ich starte mal kurz. So. So. Da haben wir angefangen, ne? Vor... Oh, in einer halben Ewigkeit gefühlt, ne? Aber dadurch, dass wir ja jede Woche nur zwei Folgen gebracht haben. Ja. Jetzt habe ich gerade Frame Drops auf meiner Aufnahme, aber das ist egal gerade. Äh. Ich weiß jetzt gerade auch nicht, woran es liegt, aber läuft. Auf jeden Fall ist es ordentlich am Ruckeln und am Zuckeln und mein OBS hängt sich glaube ich gerade auf, aber ist ja nicht schlimm. Gut, ich würde sagen, dann ist das ja auch ein Zeichen für uns, dieses herrliche Spiel erstmal in die Ecke zu stellen und zu warten, bis ein neues Level rausgekommen ist. Ja, würde ich sagen. Traurig. Ripped. Aber wir kommen wieder mit dem anderen Spiel. Bestimmt. Auf jeden Fall. Also, Leute. Alles, alles Gute. Und bis die Tage, ne? Bis dahin. Tschüss. Tschüss.